Zog, das Tanz-Elien auf der Raumstation Eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder In einer weit entfernten Galaxie, auf einer funkelnden Raumstation, lebte ein kleines, grünes Alien namens Zog. Zog war anders als alle anderen Aliens, die er kannte. Während die anderen gerne schraubten, knobelten oder Experimente machten, liebte Zog nur eines, tanzen. Er konnte stundenlang zu den Sternen tanzen und dabei die tollsten Figuren machen. Eines Tages kam ein Raumschiff auf der Raumstation an. Aus dem Schiff stiegen drei Raumfahrer, der große und starke Kaptein Krog, die kluge Ingenieurin Anja und der kleine, aber mutige Navigator Finn. Zog war sofort neugierig und tanzte zu ihnen hinüber. Die Raumfahrer waren erstaunt. Sie hatten noch nie ein Alien gesehen, das so gerne tanzte. Ich heiße Zog und liebe es zu tanzen, stellte sich Zog vor. Ich bin Kaptein Krog, sagte der größte Raumfahrer. Und das sind Anja und Finn. Zog und die Raumfahrer wurden Schnellfreunde. Zog zeigte ihnen seine Lieblingstanzschritte und die Raumfahrer lachten herzhaft. Am Abend veranstalteten sie eine große Tanzparty auf der Raumstation. Zog tanzte mit den Sternen. Kaptein Krog versuchte sich an einem Roboter-Tanz. Anja tanzte einen eleganten Walzer und Finn machte die lustigsten Sprünge. In den nächsten Tagen erkundeten Zog und die Raumfahrer gemeinsam die Raumstation. Sie besuchten das Labor, die Küche und sogar den Maschinenraum. Zog war von allem fasziniert. Besonders spannend fand er den großen Steuerraum, von dem aus man das ganze Universum sehen konnte. Eines Abends, als sie zusammen am Fenster standen und die Sterne beobachteten, sagte Kaptein Krog, Zog, du bist ein einzigartiges Alien. Es gibt bestimmt noch viele andere Wesen im Universum, die gerne tanzen. Zog strahlte. Vielleicht sollte ich eine große Tanzparty für alle Aliens im Universum veranstalten, schlug er vor. Die Raumfahrer fanden die Idee großartig und versprachen, Zog dabei zu helfen. Sie bauten eine riesige Tanzfläche auf der Raumstation und schickten Einladungen an alle bekannten Planeten. Als der Tag der großen Tanzparty kam, war die Raumstation voller Aliens. Es gab große und kleine, grüne und blaue, Aliens mit vielen Armen und solche mit nur einem Auge. Alle tanzten zusammen und hatten eine Menge Spaß. Zog war überglücklich. Er hatte nicht nur neue Freunde gefunden, sondern auch eine ganze Galaxie zum Tanzen gebracht. Und so tanzte er weiter, von Stern zu Stern, und verbreitete seine Freude am Tanzen im ganzen Universum. Zogs große Tanzparty war ein voller Erfolg. Aliens aus allen Ecken des Universums kamen, um mit ihm zu tanzen. Der Ruhm von Zog als dem besten Tänzer im Universum verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Bald schon kamen Aliens von weit entfernten Galaxien, nur um Zog zu treffen und seine Tanzschritte zu lernen. Zog merkte schnell, dass er eine Gabe hatte. Er konnte jedem das Tanzen beibringen, egal wie unbeholfen sie am Anfang waren. So beschloss er, eine intergalaktische Tanzschule zu eröffnen. Die Raumstation wurde zu einem Ort, an dem Aliens aus allen Galaxien zusammenkamen, um die Kunst des Tanzens zu erlernen. Zog entwickelte eine ganz eigene Tanzsprache, eine Mischung aus Bewegungen und Klängen, die es jedem ermöglichte, die Schönheit des Tanzes zu verstehen. Er unterrichtete nicht nur die Grundlagen, sondern auch komplexe Choreografien, die er selbst entworfen hatte. Seine Schüler waren begeistert und verbreiteten Zogs Tanzstil immer weiter. Eines Tages kam ein seltsames Raumschiff auf der Raumstation an. Aus dem Schiff stieg ein Elien mit vielen Augen und langen, dünnen Armen. Das Elien stellte sich als Xylo vor und erzählte, dass sein Volk nur sehr einfache Bewegungen beherrschte. Xylo war traurig, weil er nie an einer Tanzparty teilnehmen konnte. Zog war gerührt von Xylos Geschichte. Er nahm sich vor, Xylo das Tanzen beizubringen. Es war eine große Herausforderung, aber Zog gab nicht auf. Er passte seine Unterrichtsmethoden an Xylo an und entwickelte spezielle Übungen, die Xylo helfen sollten, seine Körper zu kontrollieren. Nach vielen Wochen des Trainings konnte Xylo endlich tanzen. Bei der nächsten großen Tanzparty überraschte er alle mit seinen beeindruckenden Bewegungen. Xylo war so glücklich, dass er Zog umarmte und ihm versprach, seinen Tanzstil in seiner Heimat zu verbreiten. Zogs Tanzschule wurde immer berühmter. Bald schon gab es Tanzschulen auf vielen Planeten, die nach Zogs Methoden unterrichteten. Zog reiste von Planet zu Planet und besuchte seine ehemaligen Schüler. Er sah, wie sein Traum, das ganze Universum zum Tanzen zu bringen, wahr geworden war. Doch Zog war nicht nur ein Lehrer, er war auch ein Forscher. Er studierte die verschiedenen Tanzstile der Aliens und entdeckte, dass jeder Tanzstil eine eigene Geschichte erzählte. Er begann, diese Geschichten in seinen Choreografien zu vereinen und schuf so eine ganz neue Kunstform, den intergalaktischen Tanz. Eines Tages erhielt Zog eine Nachricht von einer weit entfernten Galaxie. Ein riesiges schwarzes Loch drohte, einen ganzen Planeten zu verschlingen. Die Bewohner des Planeten waren verzweifelt und wussten nicht, was sie tun sollten. Zog zögerte keine Sekunde. Er versammelte seine besten Schüler und reiste zum bedrohten Planeten. Dort organisierten sie eine große Tanzparty, deren Energie so stark war, dass sie das schwarze Loch ablenkte. Der Planet war gerettet und die Bewohner feierten Zog als ihren Helden. Von diesem Tag an war Zog nicht nur der beste Tänzer im Universum, sondern auch ein Held. Er hatte gezeigt, dass Tanz nicht nur eine Kunstform, sondern auch eine Kraft ist, die das Universum verändern kann. Und so Tanzte Zog weiter von Stern zu Stern und verbreitete seine Freude und seinen Mut im ganzen Universum. Ende. Du findest diese Geschichte interessant, dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Klick oder ein Teilen des Videos. Und dann könnten Sie gleich wieder über Carla Untertitelchemin Vielen Dank.